Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP und Polkadot Update. Es ist Freitag und ihr wisst, jeden Freitag kommt mindestens einmal XRP und einmal euer Wunschcoin. Deswegen gilt jetzt schon, wenn ihr nächste Woche einen anderen Coin haben möchtet als zweite Analyse neben XRP, schreibt gerne unten einen Kommentar rein mit euren Wünschen. Und bevor wir starten, lasst dem Video auch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wie gesagt, Kommentar da lassen und gerne in die Telegram-Gruppe, wo Signale auf euch warten, auch gerne reinkommen. Gut, damit genug Eigenwerbung. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt durch mit XRP. Momentan traden wir bei ungefähr 0,39 US-Dollar-Cent. Wenig Veränderung diese Woche. Wir hatten nochmal so einen kurzen Abverkauf in dem Bereich der 0,37. Unsere Long-Position, die jetzt glaube ich schon drei oder vier oder fünf Wochen offen ist, läuft. Weiterhin Profite, weiterhin 50% sind glaube ich mittlerweile raus aus der Position. Bin aber wirklich hier am Überlegen sogar nochmal ein bisschen nachzulegen. Wir sind zwar weiterhin in diesem Downtrend, den wir noch nicht gebrochen haben, also eher in so einer kleinen Konsolidierungsphase, beziehungsweise eher so einem Descending Triangle, wobei ich auf Pattern sowieso nicht so wirklich scharf bin. Aber solange wir uns hier in diesem, sag ich mal, abwärts trendierten Kanal noch befinden, ist es erst einmal bearish. Was wir aber dazu sagen müssen, wir befinden uns weiterhin in unserem Widerstandsbereich. Also diese große Range, die ihr jetzt schon aus den letzten Videos immer wieder kennt, wurde bisher noch nicht nachhaltig, zumindest nicht gebrochen. Und darauf kommt es einfach an. Wir brauchen wirklich diesen Impuls, zumindest über den Bereich um, ich sage jetzt mal, 0,40 Dollar Cent. Solange wir da kein, sag ich mal, keinen Breakout hinkriegen, zumindest auf den kleineren Timeframes, werden wir wahrscheinlich erst einmal noch ein bisschen seitwärts laufen. Aber die News um XRP haben jetzt wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen. Wir hatten einmal letzte Woche schon auf Twitter, ich finde den Artikel leider nicht mehr, schon mal News, dass es jetzt wirklich langsam so eine Entscheidung geben könnte. Und dazu gibt es auch einen Artikel bei CryptoGuru, und zwar einerseits Ripple-Zusammenarbeit mit JP Morgan, zwar hinter der Hintertür, und zwar mit Ripple, beziehungsweise einer Partner von Ripple Labs, die All-Fahrrad-Exchange LLC mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist jetzt, sage ich mal, verpartnert mit JP Morgan. Und zwar eher für Firmenkunden, damit hier schnelle Transaktionen geführt werden können. Und damit kann auch Ripple seine, sage ich mal, seine Vorteile hier mit einsetzen. Außerdem, wie gesagt, habe ich ja gerade schon darüber gesprochen, es ist offiziell, Ripple gewinnt gegen SEC, XRP ist kein Wertpapier, sie werden dies bald in den Nachrichten sehen, aber jeder in den Finanzkreisen hat das Memo bereits erhalten. Das ist so ein Tweet, der letzte Woche online ging und schon ein bisschen für Furore gesorgt hatten. Und da denkt natürlich jetzt jeder, okay, tut sich da noch dieses Jahr etwas? Ich gehe ganz ehrlich noch nicht wirklich davon aus, dass sich dieses Jahr noch was tut, aber es rumort im Hintergrund, das sehen wir. Wer auf XRP Deutschland im Kanal, also Grüße gehen raus an Luis und an Sinan, wer das ein bisschen verfolgt, also die News werden bullischer, es deutet sich immer mehr ein Ende an. Daraufhin habe ich dann nochmal einen anderen Artikel gefunden. Ripple, Rechtsexperte, erwartet im Prozess gegen SEC-Fortschritte erst 2023. Darauf gehe ich jetzt, glaube ich, auch erst einmal ein, beziehungsweise ich vermute vielleicht frühestens Januar 2023, vielleicht Februar. Aber es rumort. Es tut sich immer mehr bei XRP in der Hintertür. Es werden mehr Kooperationen geschlossen. Man sieht es jetzt mit Dubai, JP Morgan, auch wenn das Verfahren der SEC noch läuft, geht es hier eindeutig weiter. Und jetzt gucken wir nochmal auf den Daily Chart, wie es da momentan aussieht. Also Volumen weiterhin abnehmend, aber wie gesagt, wir befinden uns in einem Downtrend. Es ist jetzt nicht verwunderlich, dass hier langsam das Volumen hier ein bisschen rausgeht, könnte aber natürlich auf einen Breakout hindeuten. Und weiterhin ist dieses übergeordnete Ziel bei 0,45 bis ungefähr 0,56 US-Dollar Cent. Wir werden weiterhin erst einmal nicht die 1-Dollar-Marke hier wahrscheinlich sehen. Wird sich alles noch ein bisschen hinziehen, bis hier wirklich mal eine Entscheidung fällt. Aber diese riesige Akkumulationsphase, beziehungsweise diese riesige Seitwärtsrange, wir haben zwar hier noch diese kleine Seitwärtsrange jetzt mal, aber übergeordnet haben wir einfach so eine große Seitwärtsrange zwischen 0,56 und 0,30 US-Dollar. Trotzdem, es ist nicht ausgeschlossen, weil wir ja bei Bitcoin weiterhin davon ausgehen, auch nochmal, dass möglicherweise noch Lower Lows drin sind, dass wir eben diese Range nochmal brechen um 0,28 und dann vielleicht sogar nochmal in den Bereich der 0,23 US-Dollar Cent runterkommen. Aber hier unten, diese Zone, ist auch eine fette, fette Nachkaufzone bei mir. Also ich sehe vor allem im Jahr 2023, das ist deutlich, deutlich bullischer dieses Jahr. War halt ein bisschen verstrickt. Es gab zwar immer wieder News, es tut sich was. Was positiv hervorzustechen ist auf jeden Fall, dass Ripple weiterhin Leute einstellt. Und wir sehen jetzt überall, Bybit, Kraken, ich glaube Binance hat auch 30% der Mitarbeiter entlassen, die ganzen Tech-Firmen entlassen Mitarbeiter. XRP hingegen sucht weiterhin Leute oder stellt auch weiterhin Leute an. Wir haben einerseits hier bullische News wegen JP Morgan. Chart-technisch tut sich zwar momentan noch wenig, diese Akkumulationsphase dauert an, aber wenn wir uns das Volumen ansehen, so diese ganze Hype-Phase hier nochmal um 1,30 bis ungefähr, ich sage jetzt mal 1 Dollar rum, Volumentechnisch her, teilweise sogar geringer, als was wir jetzt die letzten Wochen erfahren haben. Also da tut sich im Hintergrund einiges. Deswegen bin ich weiterhin eher auf der bullischen Seite, was XRP bzw. Ripple jetzt die nächsten Wochen angeht. Akkumulation wird natürlich weiterhin fortgesetzt. Es ist einfach wichtig, diesen 0,40 durchzubrechen. Kriegen wir diesen 0,40 durch mit einem impulsiven Move, sind weiterhin diese 0,56 auf jeden Fall das klare Ziel. Und hier oben wird sich dann entscheiden, kriegen wir hier einen Retest, hier oben eine schöne Akkumulation, um dann, sage ich mal, die nächsten Hochs auf jeden Fall rausnehmen zu können. Das ist das übergeordnete Ziel und das halte ich auch weiterhin als sehr, sehr realistisch an. Gut, soviel zu XRP. Wie gesagt, die Woche ein bisschen ruhiger. Deswegen jetzt noch ein lohnenswerter Blick auf Polkadot. Auch ein Coin, der sich vor allem auch in den Livestreams öfters gewünscht wurde, wo wir uns weiterhin in einer interessanten Phase befinden. Ihr seht hier, wir sind hier im Logchart, nicht im Autochart. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie es im Autochart aussieht. Absolut beschissen. Machen wir einen Autochart aus, geben wir dann einen Logchart. Da sehen wir einfach, wir haben weiterhin dieses riesige Falling Wedge. Und wir befinden uns weiterhin einerseits in unserer grünen Kaufzone, die jetzt schon mehrmals getestet wurde bzw. in der wir uns immer noch konsolidieren. Und darauf kommt es jetzt an. Brechen wir hier aus. Wir sind nämlich schon sehr, sehr nah an unserem Falling Wedge. Also es kommt hier immer mehr Druck, sage ich mal rein, der für einen Breakout sprechen würde. Und ihr könnt euch daran erinnern, ich sage es immer wieder, wir hatten ersten Retest, zweiten Retest, dritten und den vierten vollziehen wir momentan. Normalerweise sagen wir immer so, beim vierten, maximal fünften Test folgt dann das Breakout. Und das könnte sich jetzt eben in den nächsten Tagen auf jeden Fall langsam andeuten. Klar, wir haben nochmal so minimales Abverkaufspotenzial in dem Bereich der 4,83. Aber im Dezember sollte sich auf jeden Fall was tun. Und da passt natürlich nächste Woche FED, Zinsentscheid, dann kommen noch die CPI-Daten, also Inflationsdaten. Es würde sehr, sehr gut dafür sprechen, dass wir hier dann früher oder später im Breakout erste Mal in die Region um 6,10 Dollar bis ungefähr 6,16 Dollar sehen. Eventuell nochmal so einen kleinen Rücksetzer in die Region. Und dann ein Breakout in dem Bereich der 9,60 Dollar vollziehen. Und das wäre natürlich für uns Bombe, Nachkaufzone, wie gesagt, kennt ihr aus den Altcoin-Update-Videos, wäre ungefähr ein 70% Move, eignet sich perfekt, um hier die ersten Profite zu nehmen. Und wie gesagt, das Preisziel wäre natürlich hier oben unser All-Time-Hyper, ungefähr 55,26 US-Dollar. Klar, klingt jetzt utopisch, wären 10x von hier. Aber man sollte es auf jeden Fall nicht abschreiben, beziehungsweise sollte man sich lieber jetzt positionieren. No financial advice, by the way. Aber die Zone, die wir hier getroffen haben, perfekt. Wir haben hier im Endeffekt den Bullrun damals gestartet. Dann den Puppets mittlerweile invalidiert, kann man schön dazu sagen. Also wieder auf geresettet. Die nächste Zone würde dann erst bei ungefähr 4 Dollar liegen. Und da müsste man dann wirklich schon ein sehr, sehr bearishes Breakout kriegen, beziehungsweise was News-Technisch anbelangt, auch nochmal ein sehr, sehr bearishes Ereignis, meines Erachtens nach. Deswegen Polkadot weiterhin einer meiner Favoriten, 10x, also All-Time-High, auf jeden Fall möglich. Es tut sich auch viel bei Polkadot. Deswegen für mich weiterhin ein Geheimtipp. Und das könnte hier wirklich bis, ich sage jetzt mal, wir haben auf jeden Fall Luft bis ungefähr 25. Dezember, also Weihnachten noch, darunter zu kommen. Ob das wirklich passiert, wird, denke ich, dann nächste Woche auf jeden Fall die News-Lage entscheiden. Natürlich hat das auch Auswirkungen auf XRP, beziehungsweise Ripple dann. Aber gut, werden wir sehen. Momentan eindeutig ein bisschen auf der Bullish-Seite, dass wir hier zumindest mal ein vorläufiges Breakout kriegen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es in den nächsten Wochen aussieht. Gut, das war es von meiner Seite. Wenn euch das Video wie immer gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder, beziehungsweise für alle XRP-Liebhaber, dann nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und stay crypto.